Mein Name ist Micky Wiesel und das sind meine ermutigenden Geschichten. Heute habe ich von einer guten Freundin dieses Bild geschenkt bekommen, das sie für mich gemalt hat, das heißt, die Stadt der Verheißung. Das gefällt mir sehr gut und es erinnert mich daran, dass es einen Ort auf der Welt gibt, wo wir ganz so sein können, wie wir sind, wo wir mit allem uns einbringen können, wo wir gebraucht werden, gerade so, wie wir sind. Ein Ort, der passt. Die Stadt der Verheißung. Und ich finde, es lohnt sich, nach dieser Stadt der Verheißung zu suchen und nicht eher sich zufrieden zu geben, als bis man in der Stadt der Verheißung eingezogen ist und dort glücklich wird. Und das wünsche ich euch allen von ganzem Herzen. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will. Alles Liebe, wir haben. Geert Zerstattung Alles Liebe, wir brauchen die Beziehung zu unseren Personen geleren, müssen wir nur noch